Die Nazis, die wir hier vernehmen, ähneln sich. Lügner auf dem Weg zum Galgen. Aus London hatte ich einen klaren Auftrag. 500 Nazis bis April festsetzen. Hast du wirklich an der Tür zu den Gaskammern gestanden? Und den Menschen ins Gesicht gesehen, während sie für immer in dieser Hölle verschwunden sind? Wurde eine Warcrime Investigation Unit gegründet. Und ich bin dabei. Du hast in dem Kropfer gearbeitet, stimmt's? Kann ich dir mal was zeigen? Professor Eismeier hat im Lager Experimente an Kindern vorgenommen. Hör zu Walter, du musst die Sache mit den Kindern aufklären. Schaffst du das? Ja. Da stimmt etwas nicht und ich muss das wissen, vertrauen sie mir. Was geschah mit den 20 Kindern? Wo ist Dr. Eismeier? Keine Ahnung. Allein der SS-Mannschaft in Belsen war 500 Mann stark. Und wie viele stellen wir vor Gericht? Wir haben noch weitere Überlebende aus Neuengamme gefunden. Ich habe Bärben gesehen. Ich hab's gehört. Herr Dr. Czebinski, warum lügen Sie mir ins Gesicht? Ich wollte wissen, warum Sie persönlich dem Töten nichts Anhalt geboten haben. Also, Sie wissen nicht, wo die Kinder hingebracht wurden. Erzählen Sie mir doch von den Menschenversuchen.